Also, das ist jetzt schon das dritte Vitali-Treffen, was ich mitmache. Und ich muss sagen, alle drei waren einfach super. Es ist gesellig, es macht Spaß, die Touren sind gut ausgesucht und es macht immer wieder Freude. Mir hat diese Fahrt ausgezeichnet gut gefallen. Es war so eine tolle Unternehmung, dass ich mich schon auf das nächste Mal freue. Ich bin schon das dritte Mal dabei und ich muss sagen, von Mal zu Mal wird es immer besser. Die Gruppe war nett, die Unterkünfte waren prima. Und das war das erste Mal, aber bestimmt nicht das letzte Mal. Musik Musik Das hat mir sehr gut gefallen. Das war überhaupt die größte zusammenhängende Fahrt, die ich in der Nikali gemacht habe. Musik 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 Und wir fahren eine wunderbare Tour durch die Fränkische Schweiz. Schwieriges Gelände für Fahrräder, toll ausgesucht. Besonders der zweite Tag hat der Wettergott uns eine ganz wunderbare Zeit beschert. Mit Fluss, mit schönen Dörfern, mit schönen architektonischen Sehenswürdigkeiten, mit viel Geschichte, mit ganz lieben Leuten, die uns begleiten, einen wunderbaren Gastgeber, tolle Lokalitäten. Vielen Dank. Vielen Dank.